grüßt euch ja ich habe mir gedacht ich mache gleich mal im aufwasch ein paar videos ein paar produkt videos und eben das giveaway video ich glaube das giveaway werde ich hier verlinken ja aber dieses video hat nichts mit dem giveaway zu tun ganz minimales ja gimmick video zwar ist das hier das habe ich auf ebay gefunden und zwar es gibt mehrere deutsche anbieter die die das ähnliche ding auch in deutschland verkaufen nur in ich glaube auf jeden fall unter 100 ml oder kinder so schnaps glasgröße vielleicht zwei schnaps gläser also 4 cl das ist 8 zwischen 4 und 18 also legt sich nicht fest aber ich habe bis jetzt in deutschland nur die kleinen gefunden und habe ich auf ebay gesucht und habe das gefunden was ist das das ding ist aus edelstahl kommt aus china hat mich 5 euro 98 gekostet über ebay und zwar 5 euro 98 inklusive alle also versand und so weiter und was es ist 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 das ist ein becher im edelstahl becher mit 205 250 ml schöner becher und faltbar und den habe ich hin so jetzt nochmal deckel drauf kleiner falter edelstahl becher ob man jetzt in dem notfalls kochen könnte kann ich euch nicht sagen dafür habe ich nicht gekauft sondern das ding ist absolut immer bei mir ab sofort liegt ein bisschen was sind glaube ich knapp 300 gramm ist schon das ist halt edelstahl innen drin ist viel platz um gedöns rein zu tun hat man gleich so ein mini survival pack wasser behälter hat man der recht dicht ist 5 98 auf ebay müsste suchen edelstahl ich glaube teleskop becher heißen die und dann müsst ihr in der suchoption noch eingeben ja versand inklusive nein preis inklusive versand günstigster zuerst und dann kommen ganz langsam die anbieter und ja kann ich empfehlen gutes material ich habe es natürlich ausgekocht und so weiter und so fort einfach mal im internet stöbern würde ich sagen ihr sucht irgendwas gebt es ein sucht danach ja habe ich sonst noch was naja nicht viel außer euch zu sagen danke für eure treue hier kommt nochmal der link zum giveaway video das wichtige ist ihr solltet abonnent von meinem kanal sein ist aber nicht mehr doch ist schon zwingend notwendig sonst kriegt ihr das gewahr nicht ganz einfach ja das war es von mir bis hier ich danke euch fürs zu sehen ich wünsche euch was bis zum nächsten mal hei tschüss und und du Vielen Dank.